so jetzt gibt es für euch das high five von nico 6,99 mit fünf kugelkopf raketen zwei lemon ring und dreimal purple ring ab geht's wir starten mit einer lemon ring ab geht's im direkten vergleich purple ring ja um einiges besser slammering geil so jetzt zwei purple ring auf schlag sehr nice und noch die letzte lemon ring die war besser als die erste sehr geiles raketensortiment für den preis so jetzt gibt es für euch kometenschauer von funke zwei grüne zwei blaue und zwei rote ab geht's bei einer grünen ist mir jeder stil abgebrochen die werde ich jetzt nicht machen wir starten mit der aquarius rakete also blau sehr wuchtiger zerleger so jetzt die taurus ordentlich das letzte ist hier die draco so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt gibt es nochmal aquarius und draco auf schlag funke topware so jetzt gibt es für euch goldfunzen raketensortiment zwei mal türkis so blau und rot ab geht's so jetzt gibt es für euch goldfunzen raketensortiment zwei mal türkis so blau und rot ab geht's so jetzt wir starten mit der dorado rakete wir starten mit der dorado rakete wir starten mit der dorado rakete ja moin boah bis zum boden krass schabille raketen und noch die hydra bis zum boden runter geil ab geht's so jetzt machen wir die dorado und dann die hydra gleich danach und das abschluss die phoenix krass das abschluss noch die phoenix richtig geiles raketensortiment für den preis und gerade top ab geht's so jetzt gibt es golden sky von nico 7,49 euro gibt's gold brokade und golden willow ab geht's so jetzt gibt es zwei mal golden brokade so jetzt gibt es im direkten vergleich golden willow und golden brokade sehr stabile teile zum schluss gibt es noch golden willow sehr gute raketen für den preis top so jetzt gibt es für euch gold raketen vom lidl sechs stück gold rakete 1 gold rakete 2 ab geht's so jetzt zweimal gold rakete 2 ab geht's so jetzt zweimal gold rakete 2 ab geht's so jetzt zweimal gold rakete 2 ab geht's der starb jetzt im direkten vergleich goldrakete 1 und goldrakete 2 sehr geiles raketensortiment und